Da wird dir warm ums Herz. Och mann, hat alle Lebenstränke einfach am Start. Mr. Moa, gehen wir da runter. Heyo Minecraft-Freunde, Willkommen zu einer weiteren Runde von Minecraft Skywars. Heute spielen wir zusammen mit Mr. Moa. Hallöchen. Hallo. Ich wollte gerade sagen, letzte Folge waren wir ja beide gegeneinander und möchtest du eine Revanche oder möchtest du heute gerne mit mir im Team spielen? Ich möchte natürlich eine richtige Revanche, aber wenn ich sterbe, weißt du Bescheid, ich wollte dich verschworen, weil es deine Aufnahme ist. Ok, also du, ja genau, genau. Also ihr hört schon, Mr. Moa möchte eine Revanche, die kannst du gerne bekommen, also da bin ich dabei. Oh nie. Du hast übrigens noch eine kurze Schutzzeit, du siehst mich bestimmt gerade schon, oder? Ja, ich stehe schon noch nicht vor dir so. Da am Tod. Ich wette, du baust dich gerade in die Mitte, kann das sein? Nee, diesmal nicht. Nicht? Ich habe schon so lange kein Dings mehr gespielt, weil ich dazu nicht kam, dass ich das ein bisschen verlernt habe, ne? Nee, echt jetzt, du bist nicht in der Mitte gleich. Echt jetzt? Ich hätte mich hier voll ab, dachte so mir so, okay, stehe in die Mitte, bevor Mr. Moa sich da Schneebälle holt. Alles andere, jetzt bist du gar nicht da. Nee, nee, ich habe ja mein Lieblings-Cat diesmal. Ne? Ich bin ja hier, der noch Backstick. Ah, ok. Du musst ja meiner Linie treu bleiben auf YouTube. Ja, stimmt schon. So, das ist die Mitte. Ui. Ich habe dich halt eliminiert, siehst du das? Ja, mehr oder weniger. Ich muss mit ihm... Wenn du dich in die Mitte baust, ne? Dann guck mal nach oben, da kommt gerade einer auf dich zu. Hä? Ach nee, das bist nicht du. Gut. Nee, nee, ich bin ja schon in der Mitte drin. Ich wollte dich... Oh, ich habe zwei Enderpellen, Mr. Woa, zwei Stück. Weißt du, ich wollte dich retten, ne? Ich dachte so, bist du nett? Zack, unter Flick! Komm Flick! Jawoll! Ich habe einen runtergehauen schonmal. Erster Kill hier. Bist du sicher, dass du mir nicht böse bist, wenn ich dich gleich umlatze? Nein, du bekommst mich locker nicht. Ah ja. Wo bist du denn? Ich bin gleich tot. Wenn ich gegen den jetzt hier verliere... Alter, der bekommt auch... Alter! Oh! Hallo? Alter! Oh nein, ich habe da reingeguckt! Alter! Mr. Boa! Ja, steh! Steh! Steh, Beine! Steh, Beine! Nein! Lass das! Nein, kleiner Spaß. Die hat sie noch gar keine. Ah, ich dachte mir so, staubst du den Gorn mal ab und dann dachte ich mir... Nein! So einfach, so und dann mal eben aus dem Handgelenk locker heraus, den runterschlupst nochmal. Nichts! Dann habe ich gesehen, ich habe kein Essen. Das kann durchaus ein Problem werden. Okay. Könnte, muss aber nicht. Warte mal, ich hole mir, stell mal, wenn du es schon sagst, Essen. So. Ja, da hast du gerade schon mal einen Versuch gestartet. Ja. Revanche, ne? Man merkt schon, du bist da ein wenig hinterher. Ich habe... Ich habe fünf Enderperlen! Fünf Stück! Was ist denn los, Alter? Enderperlen einfach. Das sind einfach die Enderperlen und davon ganze fünf. Meine Güte. Also echt, ich habe eh kein Glück hier heute. Das kann ja nur eine geile Runde werden. Komm, wir overpowered. What's up? What's up? Boah, wer baut sich denn da unten lang? Schnellfließt! Kam da Schneebeule an bei dir? Ne, nicht mal annähernd. Ne, ich glaube nicht. Aber ich hatte echt Schiss. Aber wie gut, dass ich verstärkt bin. Oh ja. Möchter TNT? Ich war das aber nicht. Oh nein! Loll! Wer war das? Warst du das? Nein, ich dachte, wer ist das? Warum TNT? Ich lege kein TNT. Und auf einmal... Boom! Hä, aber wer war denn das jetzt? Über mir. Auf dem Dach. Ach, da ist einer! Stimmt, da ist ja einer! Oh, das ist aber kritisch bei euch. Oh, hast du den bekommen? Ja. Okay. Dann kann ich ja jetzt vorbeigucken. Hier hast du keine Chance mit deinem Rückschlussstab. Nein! Mr. Moore, komm! Vergiss... Oh! Ja! Nein! Nein! Ja! Nein! Ich weiß es nicht! Da war eine Öffnung! Und genau diese mit drei Herzen auch noch hattest du noch. Ja., ich war fast down und dachte mir so. Oh nein, oh nein, oh nein... Ja, das denk ich mir jetzt nö zust mascara. Oh nein, und nein, oh nein! Ach, das registreit! Ach, wissen Sie! Die Runde geht an dich! Das gibt eine Revanche! Dünününün! Bist du da gleichuntergefallen? Nein! Na ja, aber Leute, wir sehen uns dann in der Revanche-Runde wieder! Und, ähm... Boah, guck mal! Moment, Moment! Ja, hier ist ja jetzt gleich... Ja, hier ist ja nur... Oh das gibt's nicht! Du hast nur ein Loch, und da bist du durch, Alter. Ja, genau hier wie eine Tür. Oh, Junge... Wenn du die beiden bekommst, einen hast du, einen hast du einfach mal, du hast einfach einen, aber du bekommst halt einen Megaschaden. Ich seh schon, du hast einen Goldapfel gegessen. Oh, 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 da hast du dich selber gekillt mit der Enderperle. Ja, wir sind gestorben an der Enderperle. Wie das aussah, aber cooler Kauf. Wir haben mal Erfolg, Tollpatsch. Willkommen zurück, Leute, da sind wir wieder und dieses Mal richtig. War das eben nicht richtig, oder? Nee, das war für, das war nicht richtig. Ich wollte dich doch killen. Das war nur, ähm, Testaufnahme. Ja, genau, und ich wette, ähm, was machst du gerade? Du hast bestimmt, okay, du hast das Knüppel-Kit, okay. Das heißt, du gehst nicht in die Mitte. Das heißt, ähm, du baust dir wahrscheinlich gerade eine Waffe. Woher weißt du das? Ja, ich möchte nur sicher gehen, dass ich hier, dass du nicht auf meiner Nachbarinsel irgendwie bist und dich direkt zu mir rüberbaust und mich gleich erschreckst. Davor habe ich nur so ein wenig Angst. Würde ich nie machen. Nein, nie. Bist du das da drüben? Moa. Das machst du jetzt nicht im Ernst. Was denn? Das, was du gerade noch machst. Ich weiß nicht, was du machst. Du hast dich gerade rübergebaut. Ich verschone dich, wenn wir die Mitte teilen. Hä, du bekommst mich eh nicht. Äh, dann gehe ich zu deinem Nachbarn und sage dem lieber Hallo. Du kannst gern zu mir kommen. Ne, ich sag jetzt deinem Nachbarn Hallo. Ne, komm doch ruhig zu mir. Ich will halt auch noch ein paar Kippen haben, bevor ich dich wieder abstopfe. Vorsichtig, ganz vorsichtig. Die Mitte ist eh klein. Er hat ja hier nur vier Truhen. Aber guck, da seht ihr mal. Ihr wisst ja wohl. Der ist jetzt ganz, ganz vorsichtig, um keinen, um seinen Sieg weiter auszubauen. Aber hab jetzt schon den ersten Iis geholt, ne? Natürlich. Weil ich, ne, ich, der, der Skiller, Miller, ne, also. Ja. Oh nein, ich hab mich irgendwo eingebaut. Ah, so. Lebernach. So, dann komm mal, also wenn du dich traust, dann komm mal rüber. Aber nur, wenn du dich traust. So. Aber ich trau mich nicht, weißt du warum? Du hast für mich so gemeine Sachen. Zum Beispiel Schneebälle, so, weißt du? Kennst du? Ja, aber du hast einen Rückstoßstab. Na gut, aber dafür wirst du erst mal, wenn ich rankomme. Dö, 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 dö. Was auch gemeint ist, finde ich, sind so Leute mit einer Angel. Ne, wenn man... Ja, damit rechnet man halt nicht. Ja, genau. Außer du weißt, die Leute haben gerne eine Angel. So. Dö, 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 dö. Dö, 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 dö. Dö, dö, dö. Dö, 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 dö. Wir singen ein Lied. Das Dö, 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 Lied. Diese Insel wurde gelootet. Ne. Hä, wo bist du denn schon ganz? Ja, hier vorne, weißt du doch. Da stehst du gerade neben mir. Oh Mann, ey. Oh Mann. Warum verfragst du denn so doof, Gommel? Was ist los? Oh Mann, jetzt hast du das auch noch da hinten gesehen. Ja, da hinter mir ist er auch. Oh nein. Oh nein. Was soll ich nur tun? Ja. Battle. Oh, ich habe eine Idee. Ah ne, ich kann das nicht machen. Doch, ich kann was anderes machen. Oh, fuck. Na, wird dir warm ums Herz. Och Mann, hat er den Liebenstränke einfach am Start. Mr. Moor, geh mal da runter. Das ist gemein. Da war noch einer eben. Nein, nein. Nein. Ich fasse es nicht, mir ist runtergefallen. Okay Leute, dann sind wir in der nächsten Runde. Und. Auf geht's. Geh ich in die Mitte, geh ich nicht in die Mitte. Was sagst du, Moor? Ich brauche jetzt mal einen Tipp vom Master. Ich sage Leute, dass Gommel der Beste ist. Danke für den Tipp. Danke für den Tipp. Mit diesem Tipp komme ich jetzt sehr weit. Denn ich bin aktuell auch der Beste. Mit meinem neuen Gommel-Shirt habe ich puren Spaß. Mein Schild hat sich direkt erhöht. Wenn Sie doch nun anrufen, dann erhalten Sie zwei Shirts zum Preis von einem. Ne, Moor hat mir eben gerade noch erzählt, dass er jetzt gerade ein Gommel-Shirt, dass er jetzt, wann kam das an? Kam das jetzt erst heute an oder hast du das schon länger? Ich habe es erst steigert. Ich habe es jetzt schon seit ein paar Tagen. Okay, cool. Ne, aber ich bin da echt gespannt auf die Folge, die wir gleich noch für Mr. Moors Kanal aufnehmen. Da wird man das dann sehen können. Da schaue ich auf jeden Fall vorbei. Kann ich nur weiterempfehlen, vorbeizuschauen. Da sieht man mal, wie der Moor... Denn ich war gebannt, aber durch mein neues Gommel-Shirt wurde meine Entbannung aufgenommen. Ne, sag das. Das glauben die auch noch manche. Auch als YouTuber so. Ja, ich glaube. Der hat auf jeden Fall gehackt, Leute. Mr. Moor wurde ja schon mehrfach gebannt. Nee, Spaß. Ich habe übrigens wieder einen Bannantrag bekommen, weil ich ja im Chat so richtig gemein zu jemandem war. Nein, echt? Ja, ja. Da hat jemand im Chat einen Bannantrag geschrieben, er würde mich gerne bannen lassen, weil ich im Chat einen dummen Hacker geschrieben habe. Ja, das ist auf jeden Fall krass. Das ist auf jeden Fall krass. Diese Runde. Leute, die erste Runde. Mr. Moor besiegt mich. Die zweite Runde. Ich werde besiegt. Die dritte Runde. Ich laufe rückwärts diesen Block darunter. Diese Runde hier. Ich werde von hinten runtergekickt. Habe aber eine coole Mr. Moor-Geschichte. Was passiert in der fünften Runde? Man weiß es jetzt nicht, Moor. Weißt du schon, was in der fünften Runde passiert? Ja. Also, bist du da auch gerade in der Mitte? Nee, ne? Da ist ein Dreier-Team. Nee, aber was ist passiert? Ja, ich bin gestorben. Soll ich das Dreier-Team eben töten? Ja, mach mal. Für dich, okay? Okay. Den Knüppel raus. Den Knüppel-Mode. Super. Da wolltest du wohl weggeknüppelt. Einfach ein Ei und ich bin weg. Und da sind wir in der nächsten Runde. Und diese Runde muss was werden. Ich fasse es nicht. Komm jetzt, mach mal. Oh, Diabrous-Panzer. Das fängt schon mal gut an. Diesmal richtig. Ich glaube nicht, dass du jetzt hier echt... Nee, komm mal. Sorry, aber... Du wolltest doch gerade so eine schöne Geschichte erzählen. Erzähl lieber die. Anstatt, dass ich hier noch von dir runtergemacht werde. Das verletzt mich sehr. Also Leute, ja. Ich werde jetzt die Geschichte gleich weitererzählen. Sie handelt von Heldenmut. Mhm. Von einem bösen Mann. Oh, das ist spannend. Nein, okay. Aber, ähm, gibt's hier irgendwo, warte mal, gibt's hier irgendwo eine scheiß... äh, eine nette Werkbank? Äh, gibt's hier unten, ja. Ah, da. Ja, dann brauchen wir mir eben kurz einen Helm. Da kann ich mir mich jetzt erzählen. Okay. Und zwar hat jemand im Forum einen Bannantrag geschickt. Er würde mich ja gerne bannen lassen, weil ich ja in der Runde habe ich zu ihm geschrieben, er ist ein dummer Hacker, ne? Mhm. Dann hat er geschrieben, lol, dafür lasse ich dich bannen. Und ich habe geschrieben, nochmal, dann gab es zu ihm dummer Hacker. Und dann habe ich ihn bannen lassen, weil er ja gehackt hat. Und daraufhin hat er einen Bannantrag geschrieben, also er möchte mich bannen lassen für dummer Hacker. Und gleichzeitig hat er seinen Entbannungsantrag geschrieben. Wo er zugibt, dass er gehackt hat und es ihm ja voll leid tut. Nein, echt jetzt? Ja. Ja. Total cleverer Junge. Also... Also... Unfassbar. Und er... Er schreibt dann so... Hammer Geschichte. Er schreibt dann so, ja, es tut ihm voll leid. Er weiß, er nimmt so den Spaß den Spielern weg und so. Und warum hackt der dann? Ja, weil er ein dummer Hacker ist. Ja, direkt danach schreibt er, es tut ihm voll leid. So, weißt du? Ja, aber wenn er dann hackt, dann... Ja, da muss er sich nicht wundern, wenn man sich so über einen Spieler ärgert. Lol, der sieht mich nicht. Der sieht mich nicht. Ich beleidige nie jemanden grundlos. Nee, aber ich meine ja, wenn er hackt oder so, dann muss er sich... Ja, der hat ja auch gehackt. Deswegen habe ich ihn auch dem Hacker genannt. Ja. Ich finde nur lustig, dass er mich dafür bannen lassen wollte und gleichzeitig seinen Bannantrag schickt. Mit... Ja, ich war Hacker. Entschuldigung. Und bitte noch ein Bann. Aber nebenbei... Bann noch den Moa. Danke. Ja, so ungefähr. Richtig dumm. Ach, herrlich. Ja, das sind die Hacker. Die versteht man nicht. Die haben... einen ganz komischen... Humor. Humor. Bist du... Du gehst oben in der Mitte? Nee, in der Mitte bin ich heute... Oh, ich dachte gerade, du bist gestorben. Ich wurde beleidigt als Mist. Ja, habe ich gerade gesehen. Mist. Mist, Alter. Tut mir leid, ich bin voll der Mist. Mist zu Rack. Mist zu Rack. Okay, okay. Ich war hier runter. Ey, was geht hier ab? Oh, 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 oh. Oh, nee, du. Komm. Willst du mal mit mir in meinen Forst? Nee. Ich möchte mal eben... Ich möchte mal eben hier den einen mit Lava ein wenig. Ärgeren. Den einen ärgerlich mal ein wenig mit Lava. Oh, da bist du ja. Nee. Komm, Mr. Moor. Das kannst du mir jetzt nicht verkaufen. Alter, wie ich mich schon wieder gerettet habe. So richtig knapp. Noch die Enderperle was erwischt hat, ey. Aber... Oh, du läufst weg. Ein Glück. Am meisten habe ich vor denen Angst, die in der Mitte waren. Mit ihren Schneebellen meinst du so? Ja, die sind immer so gemein zu mir. Ja, dann ist... Kennst du das für die anderen Kinder, die ich mit Schneebellen, äh, bewerfen? Ja, das sind wirklich... Also echt... Oh Gott, die Beine aus der Welt gefallen. Boah, da habe ich mich erschrocken. Ähm... Ja, die seifen auch manchmal ein und dann sind da Steine noch mit drin im Schnee und... Das tut halt voll weh. Ja, das war bei mir auch. Und Einstein und so. Ja, hohoho. Der ist besonders spannend. Posillian. So, zack, zack. Das läuft. Okay. Oh, lecker. Torte. Vielen Dank. Für die Blumen? Nee, für die Torte. Nicht die Blumen? Nee, vielen Dank. Für die Blumen. Vielen Dank. Wie schön. Von dir aus. Wie viel Leben ist es im Wochenende? Tödet, tödet. Vier Spieler. Also noch zwei neben uns. Oh. Ich glaube, die waren in der Mitte beide. Wobei, ich sehe da nur einen. Weißt du, wir beide bekriegen uns wie die Letzten. Und die rüsten sich einfach nur aus. Boah. Aber, boah, wenn... Wenn du mir... Du bist doch hier bestimmt irgendwo. Du musst mehr auf den Kompass achten. Hä? Wo bist du denn hingelaufen? Du bist doch... Hä? Nein! Schade. Hä, wo warst du? Sag mal. Jetzt kannst du das sagen. Ich war irgendwo bei einem anderen Typen. Einmal rumgelaufen. Aber ich wollte auch eine Revanche. Ach, boah. Komm. Ich wollte hier runterschubsen. Er ist einfach... Kennst du das, wenn er immer genau vor der Mauer steht und einfach nicht runterfällt? Ja. Ja. Man schlägt und schlägt und schlägt und dann... Drei Mal oder so. Bommel Mode. Ja, ich... Wer war das jetzt? Der Boom. Der Boom. Okay. Du bist auf dem richtigen Weg, Alter. Ah, nach vorne. Ich sehe ihn schon, ja. Ah, ja. Hier überall sind deine Wege. Ich merke das schon. So, hier. Hier. Finde ich cool, dass du den Weg schon mal so vorgebaut hast. Oh, komm. Oh. Oh, was kann ich denn mal machen bei dem? Töten. Der hat einen Rückstuhsstab. Na komm, versteck dich nochmal einmal hinter der Wand. Fair? Nee. Ja, was heißt ein Fair? Er ist viel mehr equipped. Ist ja nett von ihm, aber... Du bist non-equipped. Dann ist es ein Anzeigefehler bei ihm. Oh, nein. Alter, wie er mich erwischt. Wie er mich erwischt einfach. Oh, Junge, Junge, Junge. Er bekommt mich. Er bekommt mich. Ach, krass. Ja, guter Kampf. Was möchte man machen? Ähm, er hatte noch viereinhalb, also wirklich, er hat noch gut welche gehabt. Wir haben heute echt unglückliche Runden. Naja, aber was heißt unglückliche Runden? Dafür hatten wir viel coolere Geschichten und... Ähm, was möchte ich einmal machen? Boah, wir beide hatten auf jeden Fall schon mal die eine Runde vorhin gegeneinander, wo wir schön gegeneinander auch gekämpft haben. Okay, da ist sie jetzt geholt. Gönne ich dir auch. Das läuft auch mal auf eine andere Runde hinaus mit einer Revanche und da gucken wir dann nochmal. Aber ich fand, wir hatten schon einige ganz coole Momente hier dabei, die ich auf jeden Fall jetzt nicht alle irgendwie rausschneiden möchte. Die möchte ich ganz gerne euch mal zeigen und, ähm... Ja, so kann es auch mal laufen, dass man, ähm... Guck mal, oh, der Boom, 1-2-1, der ist, äh... Gut dabei, man merkt das lieber an. Naja, Leute, aber wie gesagt, wir nehmen jetzt noch für Mr. Moos Kanada auf und, ähm, schaut dort vorbei auf jeden Fall, wenn ihr noch nicht genug habt. Und ansonsten haut rein und tschö. Mit Ö. Mit Ö.